Hallo, wir sind hier am Flughafen Dien und das wird jetzt ein Full-Ami-Around. Extra-Lative. Genau, wir nehmen uns nämlich mit nach London und Hastings. Das ist ein kleines schönes Hafenstädtchen, Küstenstädtchen. Ja, Battle of Hastings, einfach auf jeden Fall. Und auf Wikipedia gibt es auch einen lustigen Eintrag zu so einem Teppich, der ist elendslang. Das ist das ganze Battle auf Wikipedia. Auf Wikipedia, das ist verdammt lustig. Ja, checkst es ab, vielleicht schaue ich auch den Link in die Infobox. Und jetzt reden wir jetzt nicht um den Heißdrei rum und los geht's. Und jetzt gehen wir jetzt gerade zu sein. Und es geht los, jetzt fliegen wir nach London. Endlich. Erstmal in Großbritannien. Und wenn ihr schon mal in Großbritannien wart. In die Kommentare. Und ich sag nur, Bom, über Engeland. Was? Ja okay, werden wir ab. Also werden wir nicht. Schaut es auch in die Kommentare. Wartet, jetzt schlagen wir da ein und kommt einfach mit. Und wir melden uns wieder. Und wir melden uns wieder. 3.20. Und jetzt schauen wir uns mal die Security-Card aus. Also bei einer Landung, ja, sollte man eben oben, also vor dem Start sollte man immer vorne das Gebett verschauen. Sie erkennen es ja eh. Wenn nicht, ja einfach nachlesen. Das schaut aus so irgendwie, wenn sie irgendwas bohren wollen oder so. Das ist die Maske, die man braucht, damit man den Feinstaub nicht in den Mund bekommt und die Lunge. Und da, ja, das ist die Stewardess, die Flüchten mit einer gefurzt hat. Und bei Feuer ist es verboten auszusteigen. Nur auf die Fenster, nicht auf die Türen. So, jetzt mal sehen wir uns mal bei der Nähe. Hier gibt's die Welt. Wir sind nach der Meer. Es gibt extremst eine Bitsch. Aber sehr extremst. Hallo Dominik! Und wir haben da ein Sacker-Gras vom Sparen. Das ist kaputt! Kaputt! Hier gibt's auch viel Spaß. Du hörst uns wahrscheinlich alles gar nicht. Ja, hörst uns wahrscheinlich nicht. Jetzt ist der Titel auf jeden Fall ein Landwiesner. Das will er nicht hören, schau, sei es kaputt. Ja, ich kann nicht so viel, es ist kaputt. Und der eine hier kann man natürlich auch was draufgenommen. Und tschau! Musik Hier sehen wir ein Tier, der ist ungefähr für drei Jahren abgetanzt. Ja, schade Kumpel, der war zu schön. Ja, die Füße sind immer gut. Das war das Frühjahr. Sehr schönen Ballraum. Und ja, Ballsaal und dann sind wir da. Jetzt fahren die da alle. Musik 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 Ich hätte gerne einmal das Konto mit Ketchup Da kann man es auslesen Automatische Bestellung Und jetzt? It's finished! Behindertenwitze geht diese steile Rampe runter! Ich muss da jetzt hin! Behindertenwitze die Rampe runter! Ja! Ja! Skinny! Was ist das da oben? Justin Kim! Ja, ein Ausleser von Aliens! Und sie haben mich erfasst! Ja! 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 Heute geht es dann mit dem Smuggler Adventure und dem Hastings Krasner mit euch. Seid gespannt und die Links zu Twitter, Instagram, blablabla findet ihr hier. Google Plus lässt sich verlinken. Da kommt ihr zum letzten. Welches Video gehen wir da her? Sucht ihr eins aus? Das ist mir wüscht. Gut, irgendeins. Und da kommt ihr zu unserem Infovideo, was los ist, warum diese Woche eigentlich letzte Woche ein Video geht. Oder irgendein anderes Video. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Gut, wir sehen uns dann. Abonnieren, schau, Papa Atom nach oben. Bussi! Baby!